Riverfighters, der Online-Shop für Raubfischangler. Guten Morgen zusammen, wir sind heute im Angelpark Sonsbeck. Der Markus und ich probieren ein paar schöne Bilder hier rein zu kriegen. Der Markus angelt heute mit dem Durchlauf-Blinker und ich werde heute mit dem Gummi probieren und wir werden sehen, was sich heute hier durchsetzen wird. Aber wie ihr seht, das Gummi, das läuft. Ja, wir schauen, was der Tag uns bringt. Und schön auf dem Inliner. So dann, es funktioniert. Der Orange Gummi hat natürlich zugeschlagen, leicht angedreht. Ich konnte merken, wie ich sie genommen habe, habe kurz gewartet, angeschlagen und Forelle saß. Ich stelle euch jetzt einmal kurz vor, wie man den Inliner führt oder wie ich ihn führe, sagen wir mal so. Lass ihn immer ein bisschen absinken und dann drehe ich den Monotol ganz langsam ein. Das Wichtige ist daran, der Köder muss flanken. Ich weiß nicht, ob ihr das gleich mal auf der Kamera sehen könnt. Das ist das Wichtige. Er muss flanken. Nicht sich trägen. Und dann kommen auch die Bisse. Was soll ich euch sagen, wir machen ja ein bisschen so einen Kampf gegen Inliner gegen Gummi. Jetzt habe ich die zweite dran. Marcel auch schon zwei. Ich würde sagen, ist der Ausgleich. So, ich stelle euch mal kurz meine Route vor, mit der ich heute fische. Eine Balza Shirazoo Traut Collector 3 Route mit einer Daiwa Ninja 1000. Dazu von Balza eine Iron Line in 0,06. Fluocarbon von Sunflower. Sunflower ist Sunflower. 0,20er. Mit einem Traut Collector Haken. Ganz normal mit einem Snap Eingang. Trautwurm in Orange. Und dann schauen wir einfach mal, was geht. Tschüss. Reuter, die dritte ist drauf. Vielleicht gehe ich in Führung. Was sonst machst du jetzt? Kein Problem. Yes, Führung. Wir sehen könnt, am frühen Morgen fische ich ja heute, habe ich euch ja vorhin schon vorgestellt, ein orangenes Gummi. Warum fische ich ein orangenes Gummi? Das Wasser ist heute nicht ganz so klar, ein bisschen trüber. Und am frühen Morgen mögen die Forellen in der Regel schockigere Farben eher. Umso später der Tag wird, umso dunkler werden eigentlich auch die Farben. Ich fische ganz gerne auch so dunkelbraune Gummis. Vielleicht mit ein bisschen Schwarz drin. Oder ganz ganz klare Gummis. Aber ganz ganz klare meist nur dann, wenn die Sonne scheint. Da werden wir heute mal abwarten müssen. Bis jetzt sieht es gut aus. Keine Wolken am Himmel. Der orangene Gummi läuft halt auch. Zwei Stück konnte ich ja schon überlisten. Markus leider drei mit seinem Inliner. Aber das werden wir gleich noch einholen im Laufe des Tages. Mit Sicherheit. Schaut mal hier meine Sammlung. Ich habe recht viele Inliner, weil ich den, ja wie gesagt, das ist mein Lieblingsköler. Mein absoluter Lieblingsköler. Aber es gibt halt nicht nur Presten. Es gibt zum Beispiel auch Inliner vom Westin. Der Fischer Johnny übrigens sehr sehr gerne mit. Da geht der mal am Bach. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon, aber ich bin dran. Dann gibt es den OG Twister. Der OG Twister, der hat sieben Gramm und der ist an schwierigen Tagen eigentlich ganz gut. Gibt es auch bei uns im Shop ganz neu. Dann den ganz normalen Presten in dreieinhalb Gramm. Und die Firma Trautwerk, die haben wir auch im Shop. Die haben auch Inliner, aber die sehen so ein bisschen aus wie Meeresblinker. Haben so ein bisschen vom Hypnostic, haben die was ab und von dem Inliner. So eine Mischung halt. Ja. Ihr seht, der Rest ist alles nur sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. Wie führt man den Köder? Einfach auswerfen. Kurz warten. Dann eine Drehung machen, dass die Schnur ein bisschen auf Spannung ist. Und dann dreht ihr einfach ganz langsam ein. Und ab und zu bewegt ihr ein bisschen die Spitze. Dann kriegt der Wurm immer nochmal eben eine andere Laufbahn. Und der Fisch wird dementsprechend gereizt. Und dann einfach immer weiter drehen. Für die Leute, die das am Anfang noch nicht so das Gespür haben, ist es gar nicht so verkehrt, wenn man einfach den Finger nimmt und leicht an den Blenk antippt. Und dementsprechend bewegt der Wurm sich. Und dann sollten eigentlich auch die Bisse irgendwann kommen. Und beim Biss. Okay, beim Biss. Ihr wartet quasi, bis die Schnur leicht auf Spannung kommt. Wartet. Ihr werdet das auf jeden Fall merken. Und schlagt einfach an. Das ist anders wie beim Spoonangeln. Beim Spoonangeln wird der weiter gedreht. Beim Gummiangeln nicht unbedingt. Man merkt den Biss im Normalfall, dass die Spitze leicht sich biegt. Ihr wartet kurz und schlagt dann dementsprechend an. Und sollte funktionieren. Wir waren uns sehr schön am unterhalten hier, weil der Süchtige musste ja wieder mitfischen. Muss ja da so eine richtig schöne Dicke fangen. So. Und ich fange hier nur die kleinen. Was ist denn da los, wenn ich sie kriege? Ich würde sagen, der Inliner führt klar gerade. Ich mache jetzt mal eben einen Inliner Wechsel. Und zwar habe ich jetzt 3,5 Gramm drauf. Und ich wechsle auf 7 Gramm. Und zwar mache ich das. Der flankt relativ schnell. Und der flankt langsamer. Beim Presten ist halt wichtig, der Kreuz muss immer richtig rumstehen. 20er Fluorcarbonia da drauf. Und ich habe mir angewöhnt, eine Perle davor zu schalten. Viele sagen, das muss nicht. Ich habe das Gefühl, dass die dann doch besser hängen bleiben. Mit einer Perle davor. So. Man will sich ja beeilen, weil wir haben ja so einen kleinen Wettkampf. Und ja. Da will man sich immer ranhalten. Also wie gesagt, ich mache jetzt einfach noch so eine Perle hier vor. So. Viele sagen, das muss nicht. Das ist Gefühlssache. Ja. Wenn sie mal rauskommt. Problem der Perlen. Mhhh. Yummy yummy yummy. So. Mal Frühstück. Mal Zeit zum Frühstück. Einfach Perle da rein. Haken dran. Und weiter geht's. Beim Haken muss ein Sprengeln drauf. Wie gesagt, viele sagen, man muss das nicht machen mit der Perle. Ich mache es halt. Ich habe ein besseres Gefühl dabei. Angeln ist ja immer so eine Gefühlssache. Ja. Einfach einen Clinchknoten dran und dann geht's weiter. Endlich hat es mal wieder geklappt. Nach einigen Bissen, Fehlbissen quasi. Die haben die Gummis halb runtergezogen. Hat doch mal wieder eine draufgetackt. Jetzt werden wir nochmal eben schnell landen. Und dann bin ich wieder dran. Ich würde sagen 4-3. Und der Zache ist noch lang. Der ist nur dran, weil ich am Frühstücken bin. Mach. Ja, weiter. Mann. So ein Mist. Wie ihr seht. Fisch leider ausgeschlitzt. Das wäre das 4-4 gewesen. Ich sag ja. Ich hole ihn noch ein. Definitiv. Aber das ist Angeln. Dann machst du nichts. Ich werde wieder wechseln. Der große war ein Fehler. Also. Wechseln wir. Mal gucken, was wir da so haben. Der Olli hat es nicht mitbekommen. Ich habe nochmal die Farbe gewechselt. Ich habe der Fluorcarbon ein bisschen länger gemacht. Damit ich schneller nach unten komme. Und ich bin auf Weiß-Schwarz gegangen. Also nix mehr grelle Farben. Da ist er drin. Führung wieder ausgebaut. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum wir hier alle hier so schicke Sonnenbrillen tragen. Das sind alles Pool-Brillen. Die trägt man, um die Spiegelung ein bisschen vom Wasser wegzunehmen. Wenn ihr so aufs Wasser schaut, seht ihr immer die Spiegelung von der Sonne, von den Wolken, von allen möglichen. Und um die Spiegelung ein bisschen wegzunehmen und so in das Wasser reingucken zu können, trägt man diese Brillen. Und das macht man auch, wenn es ein bisschen bedeckter ist. Wenn man die Fische einfach besser sieht und dementsprechend diese auch anwerfen kann. Leute, mit dem letzten Fisch ist das Duell beendet. Der Inliner hat 6-3 gewonnen gegen den Gummi. Tja, hat er heute mal Glück gehabt. Muss man ja mal haben beim Angeln. Riverfighters, der Online-Shop für Raubfischangler. Wir möchten euch ermöglichen, auch einmal an einem YouTube-Turnier daran teilzunehmen. Es gibt ja diverse viele Turniere mittlerweile. Und meistens sind es natürlich immer Angler, von großen Firmen, YouTuber, Instagramer, wie auch immer. Und wir von den Riverfighters.de möchten euch mit den Jungs von Lure Masters ermöglichen, bei diesem Turnier daran teilzunehmen. Ihr müsst euch vom 29., nee, Studium, vom 28.05. bis 9.07. Das heißt, wenn in Holland die Saison losgeht, bis zum 9. Juli, müsst ihr fangen. Fünf Barsche, drei Zander und einen Hecht. Und das vom Ufer. Insgesamt von allen Teilnehmern können 8, also die 8 Besten, so, ich hab schon 10 gemacht. Die 8 Besten kommen weiter. Wir möchten aber auch 4 Wildcats vergeben. Weil natürlich, wenn man sich mal so die Filme von den einen oder anderen von euch anschaut, die sind schon echt brutal. Das heißt, 12 Personen am Ende von euch allen kommen weiter. Diese 12 Personen werden verlaufener Kamera vom 26. bis 29. September gegeneinander fischen. Und am Ende wird es einen Gewinner von euch geben. Dieser eine Gewinner von euch wird mit mir beim Riverfighter Perch Cup 2023 zusammen im Boot das Turnier fischen. Das ist der erste Platz. Und wie das Ganze funktioniert und wie ihr euch anmeldet, ist eigentlich ganz einfach. Ihr meldet euch bei luremaster.net an. Dort gibt es mehrere Online-Turniere und dort gibt es unseres Online-Turnier. Den Riverfighter Community Cup. Dort könnt ihr für 65 Euro ein Ticket erwerben. Jetzt denkt euch natürlich 65 Euro sind viel Geld. Sind sie auch. Deswegen haben wir auch für euch ein 40 Euro Goodie Bag dabei. Das heißt aber nur die ersten 100 Anmeldungen bekommen ein Goodie Bag von circa 40 Euro. Dort drin sind enthalten zwei Packungen Cube Paddler von der Firma Quantum. Einmal Tönnchen und Knotenlosverbinder von der Firma Predax. Eine Rolle Stahlverfach von der Firma V&C. Eingeregten Shatties mit einem Jigkopf. Eine Packung Finisher von Lua Junks. Eine Packung Gap Shats. Ganz wichtig. Ihr müsst euch die Lua Master Scale holen. Die könnt ihr übrigens für alle Turniere, die dürft ihr behalten, könnt ihr für alle Turniere benutzen, die die haben. Das heißt, wenn ihr nächstes Jahr wieder bei unserem Turnier daran teilnehmen möchtet, könnt ihr die wieder benutzen. Deswegen, die müsst ihr haben. Das ist ganz wichtig. Wie das mit den Fangenmeldungen ist, das seht ihr bei Lua Master.net auf der Seite. Es ist wirklich sehr wichtig. Lest euch jetzt genau durch, wie die Fänge gemeldet werden müssen. Damit natürlich nicht geschummelt wird, gibt es ein Klammer- und Nummer-System auf dem Lua Master Scale. Es gibt auch ein Video auf dem Lua Master YouTube Kanal. Ihr seht, hier sind immer so farbliche Markierungen und mit den Nummern. Und dort gibt es ein Prinzip mit der Klammer und einem Tagescode, wie ihr eure Fänge melden könnt. Vom 28.05. bis 9.07. müsst ihr vom Ufer fünf Barsche, drei Zander und einen Hecht fangen. Die acht Besten von euch plus vier Wild Cards kommen weiter. Also am 9.07. werden wir sehen, wer die acht Besten von euch sind. Und es werden vier Wild Cards vergeben. Natürlich gibt es auch tolle Sachpreise für euch alle. Also nicht für jeden Teilnehmer. Aber wir haben auch tolle Sachpreise für euch, wie von der Firma Whale Marine. Ein sehr hochwertiges, teures Echolot. Eine Route. Hier und da gibt es mal eine Rolle. Köderpakete. Gutscheine von Online-Shops. Von Fortis gibt es Wäsche. Also wir haben diverse Preise, die ihr auch gewinnen könnt. Also seht zu, dass ihr eure fünf Barsche, drei Zander und einen Hecht fangt. Kämpft euch denn in sechs Wochen nach oben. Ich bin gespannt, wer am Ende mit mir den River Fighters Perch Cup fischt. Ich freue mich riesig auf euch. Es wird eine geile Nummer. Und ich sage Leute, meldet euch an. Tightlines, bis die Tage. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.